Hallo, ich bin Farah und ich werde über einen Ort in Deutschland sprechen. Das Deutsche Karibus Museum war ein Museum in Berlin, das sich der Deutschen Karibus widmette. Das Museum befand sich in Berlin-Mitte, in der Nähe des Checkpoint Charlie und war das erste und einzige Karibus Museum. Das Museum erhielt jahrlich etwa 350.000 Besucher. Das ist alles von mir. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017